groß tony groß mit zug zum tor da zieht er einfach mal ab und dann passt das ding auch noch unfassbar ja da hat es von weit weg probiert und wird mit diesem treffer was für ein traum tor da viel zu viel platz gelassen und dabei ist er doch für seine tore aus der distanz bekannt war was für ein hammer den er da auspackt das sieht so langsam wirklich nach resignation aus am spielfeldrand das ist ja frust pur aber bei dem spielstand auch kein wunder